Hello everybody und herzlich willkommen bei Ferkinghoff. Heute bei uns im Studio PAO, Primary Arms Optics. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was haben Sie zu bieten? Mehr nach dem Intro, bleibt dran. Primary Arms Optics. Seit über 15 Jahren ein Unternehmen aus den USA, bestehend aus enthusiasten Sportschützen, ehemaligen Militärs, die sich zum Ziel gesetzt haben, elektronische Optiken, Zielfernrohre für alle Anwendungsgebiete in einer hohen Qualität, sehr innovativ, funktional und preislich, lukrativ zu konstruieren und zu bauen. Und wisst ihr was? Es ist Ihnen gelungen. Und das, was ihr hier seht, ist ein ganz kleiner Abriss von dem, was Primary Arms zu bieten hat. Hochinteressant, Lifetime Warranty. Deutschland, Europa bedeutet das 30 Jahre. Und zwar nicht von uns, sondern direkt vom Hersteller. Primary Arms Optics. Natürlich könnt ihr diese Optiken bei uns ansehen, anfassen und sogar durchgucken. Am besten macht ihr das auf der Enfastec und oder aber auf der IWA 2024 in Nürnberg. Kleine Randnotiz. Ferkinghoff International feiert heuer sein 20-jähriges IWA-Jubiläum. Schaut mal vorbei, macht euch einen Termin, findet ihr bei uns auf der Webseite. Ihr könnt den Termin vereinbaren. Link in der Description. Vielleicht überlegen wir uns aufgrund des 20-jährigen Jubiläums die ein oder andere Überraschung zusammen mit den Kollegen und Jungs von Primary Arms. Die sind nämlich alle persönlich vom Ort. Auch denen dürft ihr gerne über alle Produkte ein Loch im Bauch fragen. Aber hier wollen wir enden. Die nächsten Tage, Wochen, Monate werden wir die einzelnen Produkte hier im Studio vorstellen und natürlich auch mit dem einen oder anderen auf dem Skistand. Das war's mit Primary Arms und mit der kurzen Übersicht. Liken, teilen, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi vom Ferkinghoff International. Servus. Das war's mit Angelti Abo. Bis zum nächsten Mal. Nachah'm soul. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Dorf Norden họcforälder –